Herzlich Willkommen zurück zu Digimon Adventure. Heute widmen wir uns mal der Kampagne Tentomon Digitiert. Ähm, ähm, Biomon? Ja, vielleicht mal ganz gut. Ja, machen wir es mal so. Schauen wir doch mal. Ja, erstmal nur wieder japanisches Zeug. Ja, ich finde das auch immer cool. Da steckt auch noch immer was drüber. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Ah, Izzy mit seinem Computer erstmal hier erstmal abchecken, was Sache ist. Ja, Izzy, nun mach mal was. Ja, er hat was gefunden. Wahrscheinlich eine Fabrik oder sowas, ne? Oh, so ein Zufall. Eine Fabrik, ja, da müssen doch noch Menschen sein. Logischerweise, ne? Nice. What the fucking hell? Wie groß ist das denn hier? Alter, nein, 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 nein. Wie groß ist das? Da ist eine Tür. Da kommen wir anscheinend nicht durch, wa? Das hat jetzt so ein billiges Schalterrätsel, oder wat? Probieren wir es aus. Wenn das jetzt aufgeht, ne? Oh, lol. Nice. Es ist offen, wir können durchgehen. Wahrscheinlich müssen wir das wohl öfter machen irgendwo, wa? Da kommen gleich noch Gegner. Geil. Was haben wir da? Wadromon, nur Memon. Ähm, ich würde sagen, Technik. Ähm, hau erstmal Memon weg. Glauben, man kümmert sich um Wadromon. Wadromon ist schon ein Champion-Fiech. Ja, komm. Wadromon! Der steckt gut ein, ne? Boah, Zerstörungsgranate. Das ist ja immer voll episch. Krass Unterstützung! Oh, geil! Einmal sehen wir an Unterstützungszauberhaus da. 300 Erfahrungspunkte, das ist ja immer immer. Richtig nice! Linkseinschalter. Die Tür ist zu. Die Tür ist schon wieder zu. Was machen wir jetzt? Nur Memons... Dann halt nicht. Wenn ihr nicht kämpfen will, lassen wir's halt. Uncool. Okay, es sind in Anführungsstrichen nur nur Memons. Die sollten wir ja wohl down kriegen. Nach hinten! Team Paya! Richtig! Ich muss mal eben gucken. Tentrum is auf jeden Fall noch gummer. Wollt ich sogar stärker. Glitschige Masse bekommen... DigiPc. Nice! Und noch ein DGPC, wir gucken jetzt mal, ob wir ein bisschen was bauen können, Synthesis, SP-Booth können wir machen, machen wir mal, danke, und rüsten, Argumon hat schon genug, glaube ich, Argumon ist schon voll, Gabumon hat auch schon vieles, Biomon hat auch schon vieles, Tentumon hat noch gar nichts, und Tentumon, glaube ich, spiele ich auch wohl oft, Palmon müssen wir auch noch mal trainieren, ne, wir müssen mal Tentumon nehmen, Attackenboost, Defensive, Defensive, hoch, ne, stopp, SP plus 10 können wir auch machen, ja, und Palmon, Palmon bekommt den Verteidigungsboost, noch den Attackenboost, naja, Boost 2, das ist ein Dreier, so, so, ja, was machen wir, so, gut, Items, können wir Items erstellen, synthetisieren, da, Skill Entsperren, Heilung, Skill Siegel, oh, nö, warum nicht, ne, äh, nö, brauchen wir nix, wir können so weitermachen, Tidid, das ist bestimmt jetzt die rechte Seite, oder so, Gott, genau, so doof bin ich ja auch nicht, ne, die Fabrik sieht schon geil aus, muss man ja wohl sagen, oder, tja, da bräuchte ich keinen PC, um was rauszukriegen, dass jetzt die Tür auf ist, Oh, das Ding, alter, oh Gott, das gibt Ärger, gegen das Ding möchte ich eigentlich ungern falten, Metanorimon, oh Gott, sei auch, da fange ich direkte an, Ja, Mecanorima ist nämlich schon ein ganz anderes Kaliber. Ja, Mecanorima. Ja, Mecanorima. 260? Jawoll! 10 to 1 level up. Gabomon hat auch bald eins, das heißt wir könnten ihn wohl mal dabei behalten. Ok, da kommen wir so durch. Allerdings kommen wir dann hier nicht weiter. Muss ich wieder weg? Na klar, ist der Mämon wieder da. Und nur ein Mämon. Rollende Gerade. Ach, das ist natürlich nice. Verteidigung erhöht sich. Gut zu wissen. Fagalien. Also ist Tenchomon in der Lage seine Verteidigung zu erhöhen. Boah, Unterstützer. Nice. Das finde ich nice. Ja, ich warte jetzt noch bis Gabomon das Level ab hat und dann wechsle ich ihn aus. Ah, Mäkanorimon. Hi, tschüss. Ach komm. Wäre doch feige, wenn ich jetzt ausweiche. Mäkanorimon und Nomemon. Das ist jetzt auch nicht das Problem. Scheint ja beide ausweichste. He he. Jawohl! Nice! Perfekt, Gabumon hat sein Level ab. Hat natürlich wieder jetzt volle MP. Wird jetzt aber getauscht. Weg! Ne, Moment. Weg! Und Argumon rein. Ja, dankeschön. Genau. Aha. Mehrere Türen... Ihr Garten hier raus, oder was? Ok, hier ist gar nichts. Hier ist nur ein Mekanorimon. Da haben wir einen Schalter. Du machst was? Irgendwas wird offen sein. Noch was hier? Ist noch was, cool. Vielleicht mal auschecken. Oh, nice. Item-Muds erhalten und... Noch mehr Item-Muds. Juhu! Ist noch weiter? Nein, hier ist Ende. Oh, ich sehe dich. Warte. Mist, der kriegt mich. Nein, kriegt er nicht. Ja, 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 ja. Ciao, ciao. Guadromon. Nein, die Tür ist offen. Perfekt. Ah, aber nur für eine Seite. Das heißt, wir müssen noch eine zweite Seite öffnen, aber die hier... Ah, ok, jetzt dreht sich's in die andere Richtung. So, ich kann nichts machen. Verautomatisiert hier. Ok. Ein... HP Boost 2. Oh, nice. Das würde ich gerne Tentumon geben. Tentumon, HP Boost 2. Nein. Ja, das ist immer so ein Schräger. Das ist schlecht. Dann kriegt er den halt nicht. Ähm, Palmon, wie wär's mit dir? Hihi. Wollen wir erstmal Palmon aufrüsten hier. Und noch was? Ne, hier geht's aber weiter. Müssen wir gleich noch mal machen. Noch mehr Items. SP Boost 2. Uh, es wird immer besser. Digipease. Krüsten. Gabumon, kannst du den SP Boost 2 nehmen? Ne, kannst du nicht. Tentumon? Tentumon kann den aber nehmen. Keine Ahnung, dann ist das auch wieder weg. Wie wär's denn mit... Patamon? Komm, du kriegst auch noch was. Hier, der Wu kannst den nehmen. Zack. Ah, hier ist der Schalter. Damit haben wir auch den nächsten ansperrt. Okay, da müsste die Tür offen sein. Glaub ich hier unten nochmal gucken. Alter Vater, da war richtig Ärger hier. Rettungsmittel belebtvolle. Okay. Das hat sich jetzt schon gelohnt, der Ausflug dafür. Das Rettungsmittel. Noch weiter? Ne, aber hier links ist noch was. Oh, die Fabrik ist ja riesig. Wo fällt mich das denn jetzt hin? Fragen über Fragen. Mikanorimon ist da. Ach, jetzt bin ich hier unten. Ah, okay. Ich hab's verstanden. Alles klar. Zwei Türen. Ja, jetzt ist wieder... Alles voll langsam, weil hier... Mist. Falsche Antwort gegeben? Ja, anscheinend schon. Auch wieder falsch. Toll. Jetzt weiß ich denn, was die Oberste... Kann ja nicht mal sehen. Ich hab's nicht. Falsche Antwort. Ich hab's nicht. Da bin ich. Die Tür ist nicht. Ich hab's nicht. Ja, keine Ahnung, was du von mir willst. D. Ich weiß nicht mal, was ich gesagt habe. Okay, Tai steht an der einen Tür. Das muss ja was bedeuten, oder? Aber was das bedeutet, das finden wir erst im nächsten Part raus. Also Leute, bis dann. Ciao.